und zwar habe ich mir ein pilates bänder set bestellt was ich zum training für zuhause nutzen kann sowie zum aufpumpen vor der bühne das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam auf also wir haben eine stange die habe ich schon mal zusammengeschraubt von der stange gehen dann so bänder ab wo man dann die bänder dran befestigen kann wo dann die griffe dran befestigt werden die bänder verschiedene stärker und das ist so ein teil was man in die tür klemmen kann wir testen das jetzt einfach mal gemein wie 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 was wie Untertitelung. BR 2018